Ein Motorradfahrer verlässt sich auf den Halt, den seine Reifen ihm bieten. Wären sie aus hartem Kunststoff, hätten sie eine sehr kleine Kontaktfläche zur Straße. Das Motorrad würde abrutschen. Flexibles Gummi hat deutlich mehr Kontaktfläche. Reifen und Fahrbahn gehen einen formschlüssigen Verbund ein, weil sich Gummi und Asphalt miteinander verzahnen. So lassen sich auch in Schräglage große Kräfte auf die Straße übertragen. Gleiches gilt für die Bodenbewährung mit Geogittern. In unserer Animation zeigen wir, warum flexible Gitter entscheidende Vorteile gegenüber biegesteifen Gittern haben. Eine gute Bewährung sollte drei Hauptmerkmale erfüllen. Ausreichende Dehnsteifigkeit und Zugfestigkeit sowie ein gutes Verbundverhalten. Im Folgenden wird gezeigt, wodurch das Verbundverhalten bestimmt wird. Diese Darstellung zeigt das Verbundverhalten einer guten Bewährung, die die Mobilisierung der bodeneigenen Kräfte unterstützt. Bei der Verdichtung passt sich das flexible Geogitter perfekt an die Schotteroberfläche an. Durch diese Anpassungsfähigkeit wird das Schüttmaterial optimal gestützt und die beiden Schotterschichten können sich maximal verzahnen. Die entscheidenden Effekte werden in der Nahaufnahme besonders deutlich. Erstens. Es werden Hohlräume vermieden, sodass die bewährte Erde bereits bei der Verdichtung eine gute Lagerungsdichte erreicht. Darüber hinaus erfahren die Bodenpartikel durch die Anpassungsfähigkeit eine dreidimensionale Stützung. Zweitens. Die Kontaktflächen zwischen Boden und Bewährung haben sich im bewährten Erdkörper signifikant erhöht. Denn die Anpassung des flexiblen Gitters maximiert die Kontaktfläche auf ein Vielfaches gegenüber einem Biegesteifengitter. Konsequenz. Die größere Reibungsfläche und die Vermeidung von Hohlräumen bei einem flexiblen Gitter führen zu einem entscheidend besseren Interaktionsverhalten und zu einer optimierten Lastabtragung zwischen Boden und Geogitter. Die bodeneigene Kraftaufnahme wird bestmöglich mobilisiert. Durch die Anpassung des Gitters an das Schüttmaterial treten Umlenkkräfte auf, woraus eine erhöhte Kraftübertragung resultiert. Dies kann mithilfe der bekannten Formel nach Euler Eitelwein veranschaulicht werden. Während sich die Verzahnung biegesteifer Geogitter darauf beschränkt, dass lediglich einzelne Steine durch die Gitteröffnungen dringen, bieten flexible Gitter deutlich mehr Stützung der bewährten Erde durch die Penetration spitzer Gesteinspartikel zwischen die Materialstränge. Im mikroskopischen Maßstab zeigt sich hier sogar eine dritte sehr wichtige Verzahnung, bei der die kleinen Bodenpartikel in die rauen Materialstränge dringen und für signifikant höhere Reibung sorgen. Das Verbundverhalten wird bestimmt durch die Makroverzahnung, Mesoverzahnung und Mikroverzahnung. Die Anpassungsfähigkeit flexibler Geogitter verbessert das Verbundverhalten zusätzlich durch erhöhte Interaktion zwischen Boden und Bewährung. Wir fassen diese vier Effekte in einem Begriff zusammen – Verbundflexibilität. In einer Forschungsarbeit wurden unter anderem das Interaktionsverhalten sowie die Lastabtragung von flexiblen und biegesteifen Geogittern unter zyklischen Belastungen, wie sie zum Beispiel unterhalb von Schienenwegen auftreten, untersucht. Einige Ergebnisse zeigen Vorteile von flexiblen Gittern in bewährter Erde. Anschaulich dargestellt wird dies in folgendem Diagramm. Die X-Achse kennzeichnet die Zeitdauer T in Sekunden, in der drei unterschiedliche Lastkombinationen, zum Beispiel aus Zugverkehr, auf die Tragschicht einwirken. Auf der Y-Achse sind die normierten Setzungen aufgetragen. Hierzu wurde zunächst ein Versuch ohne Geogitterbewährung durchgeführt. Anschließend folgten Versuche mit einem Biegesteifen und einem flexiblen Geogitter vergleichbarer Zugfestigkeit. Normiert durch die maximale Setzung des unbewährten Versuchs. Erste Erkenntnis, beide Geogitter führen zu einer deutlichen Reduzierung der Setzungen und verhindern ein Versagen der Tragschicht. Zweite und entscheidende Erkenntnis, mit dem biegesteifen Geogitter wird eine Reduzierung von 20% erreicht, mit dem flexiblen Geogitter eine Reduzierung von 50%. Zurückgeführt wird dies auf die gute Anpassungsfähigkeit des flexiblen Gitters, wodurch ein besseres Interaktionsverhalten bei zyklischer Beanspruchung ermöglicht wird. Der Motorradfahrer verlässt sich auf den maximalen Verbund von flexiblem Gummi und Asphalt. Verlassen Sie sich auf die hohe Verbundflexibilität zwischen Boden und flexiblen Geogittern. Bauen Sie sicher mit den verbundflexiblen Geogittern von Hüsker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017